Sie haben richtig gewählt. Sie sind verbunden mit dem Anschluss der Firma Elektro-Bauermeister. Das war die gute Nachricht. Die weniger gute ist, wir müssen unser Gespräch verschieben. Unser Büro ist derzeit nicht besetzt. Wir freuen uns aber, wenn Sie uns eine kurze Nachricht hinterlassen und rufen Sie gerne zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.